Also, Roaming bedeutet, dass du einzeln oder im Duo-Roam über die Map läufst und über die Map ein bisschen rotierst. Also, die Hauptaufgabe eines Roamers ist eigentlich, möglichst viel Zeit zu ziehen. Das heißt, man ist einfach da, man zeigt Präsenz, man muss nicht unbedingt Frags ziehen. Ist natürlich immer schön, wenn man ein paar Kills hat, aber die Hauptaufgabe ist es einfach nur zu nerven und möglichst viel Zeit zu ziehen. Als Roamer sollte man auf jeden Fall immer ungefähr einen Plan haben, okay, wie komme ich jetzt am schnellsten zurück? Was sind die Möglichkeiten? Also, man sollte sich immer so positionieren, dass man nicht irgendwie in einem Raum mega isoliert ist und nicht mehr raus kann einfach. Man muss ja darauf achten, dass man möglichst wenig Sounds macht, damit die Gegner einen nicht direkt wissen, wo man ist. Man wird zwar getrohnt, aber man sollte nicht zusätzlich dazu noch Sounds machen. Eine Rotation, also um ganz einfach zu sagen, ist nichts anderes, als dass man sich einen Weg verschafft, um in einen anderen Raum so schnell wie möglich zu kommen. Nicht über den regulären Weg, zum Beispiel über die Tür, die da ist, sondern man verschafft sich einen sehr schnellen Weg mit Impact zum Beispiel oder mit einer Shotgun, indem man die Wand einfach aufreißt und durchgeht. Der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass wenn Leute Rotationen machen, durch die man durchspringen muss, besonders für Verteidiger im Roam-Game können Rotations, durch die man durchspringen muss, können ein großer Nachteil sein, wo man eben in dieser Spring-Animation langsamer ist und sehr einfach gefangen werden kann von den Angreifern. Man kann auch als Attacker rotieren, dafür gibt es Slash. Man spielt auch sehr gerne deswegen Slash, weil Slash sich die Wände aufmachen kann, Rotierwege aufmachen kann. Ich denke, viele Spieler unterschätzen, dass man nicht immer nur eine Position spielen muss, sondern dass man auch rotieren kann. Einfach Midround, wenn man merkt, okay, ich bin hier stuck, ich komme hier nicht weiter, dann ist es vielleicht nochmal sinnvoll, an ein Window zu gehen, wo man weiß, dass man da einen Gegner töten kann. Oder einfach komplett auf die andere Seite des Gebäudes zu gehen, wenn die Zeit es zulässt und einfach von woanders zu attacken. Untertitelung des ZDF, 2020